Hi ihr Lieben und Willkommen zurück zu Part 2 meines Dungeon Runs. Nur für alle, die es noch nicht gesehen haben, das hier ist Teil 2 vom ersten Entschrouded Dungeon. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie ich heute durchkomme. Ich bin natürlich schon zu der Stelle vorgelaufen, an der ich das letzte Mal aufgehört habe und ich habe mich auch vorbereitet. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber mehr zu jetzt gleich im Video. Und in dem Sinne, weil ich es auch in einem meiner letzten Videos vergessen habe, let's go! Ich stehe jetzt hier also an der Stelle, bei der ich beim letzten Mal aufgehört habe. Zum einen habe ich mir hier natürlich einen Flammenaltar hingestellt. Ich habe zwar auch versucht, ihn in den Dungeon zu stellen, das hat aber irgendwie nicht funktioniert, leider. Da habe ich natürlich auch eine Werkbank hingestellt, einen Kamin hingestellt und ein Bett hingestellt. Also ich hoffe, dass ich damit jetzt perfekt ausgerüstet bin. Dann habe ich mich natürlich noch vollgepackt und zwar mit den besten Waffen, die ich so hatte. Ich habe mir Bandagen gemacht, ich habe mir Heiltränke gemacht, ich habe mir Tomaten angebaut und noch Tomaten mitgenommen, weil die ja eben auch schick geben. Dann habe ich mir noch Haselnüsse mitgenommen für Stärke, ein Irrlicht, falls ich es brauche, eine Fackel, falls ich es brauche. Dann hier noch die Schwarzpulverkugeln, falls ich sie brauche, die Beschwörungsgefäße. Dann habe ich hier nochmal extra Bandagen, Mana-Tränke und so weiter und so fort. Ich habe also quasi alles mitgenommen, was ich noch irgendwie zur Verfügung hatte. Die Sachen, die ihr hier seht, die habe ich natürlich jetzt gelootet, als ich auf dem Weg hierher war. Was ich noch gemacht habe, ich habe natürlich auch geguckt, ob ich mir irgendwie bessere Rüstung machen kann. Teilweise kann ich es noch nicht machen und ich denke, die Rüstung, die ich anhab, ist auch ganz okay. Zum Beispiel hier mit den plus 23 Lebenspunkten, das schadet mir wahrscheinlich nicht hier in dem Dungeon. Und wo wir gerade von so wunderschönen Klamotten sprechen, ihr alle kennt doch bestimmt EMP. Ich selber kaufe schon seit Jahren bei EMP ein, aber es gibt ja nicht nur tolle Frauenklamotten, sondern auch richtig geile Festival-Shirts, Gothic-Klamotten und so weiter und so fort. Also falls ihr noch nicht bei EMP vorbeigeschaut habt oder EMP noch nicht kennt, dann klickt mal auf den Link in der Infobeschreibung. Und natürlich habe ich auch einen Rabattcode für euch und zwar sind das für Neukunden ganze 15% Rabatt ab einem Bestellwert von 49 Euro und bei Bestandskunden ganze 10% Rabatt, auch ab einem Bestellwert von 49 Euro. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. Infobox. Und jetzt will ich auch nicht lange weiter reden, also wieder zurück zum Video. In dem Sinn würde ich sagen, ich esse und trinke jetzt nochmal. Jetzt weiß ich nicht, glaube ich, ziehen wir mal kurz die Haselnüsse rein, dass ich Stärke habe. Okay, wie fange ich jetzt an? Ich habe zwei Methoden und zwar einfach runter und drauf hauen oder tatsächlich von hier schießen. Aber ich glaube, dass ich jetzt gerade einfach nur Lust habe, dem allen so einen auf die Blöcke zu hauen. Deswegen werde ich jetzt einfach drauf hauen und schauen, wie weit ich damit dann letztendlich komme. Hier ist noch so ein Hans und da sind auch noch ganz viele, was mich in Ruhe bringen. Oh nein, da ist wieder der. Ach, blöd, jetzt wollte ich eigentlich gerade mich wegporten. Komm schon, noch einmal wieder ein Heiltrank hinterher. Hallo? So, dann weiter im Packs mit dem Hanseln hier. Und ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich einige wieder sagen, hey, du bist doch Urenschütze. Warum machst du das nicht von der Ferne? Ihr habt im Prinzip recht, aber... Das hat mich hier im letzten Part so gelangweilt, dass ich einfach jetzt einfach nur drauf hauen will. Damit ich hier auch mal fertig werde mit diesem Dungeon. So, wo sind noch welche? Hier unten ist auch noch so ein Furz. Den brauche ich sogar auch für die Barriere. Hörst du mal auf. Und ich bin Level 10. Und ich bin Level 10. Jetzt hatte ich gerade irgendwie einen Frosch im Hals. Habe ich hier alle... Oh mein Gott, ist doch nicht da... Alter, wo kommen die denn jetzt alle her? Habe ich irgendwie zu einer Party eingeladen? Oder wie schaut es alles? Wow. Okay. Da sollte ich mir dann vielleicht doch eine andere Taktik überlegen. Kommen die hier hoch? Na, ich kann da nicht stehen. Das ist natürlich belastend. Kann ich da stehen? Ja, theoretisch schon. Wenn es mich nicht runterhauen würde. Oh, oh mein Gott. Was sind das für Monsterwellen, Leute? Schnell hoch. Okay, wie mache ich denn das jetzt am besten? Ähm, ich möchte jetzt mal ganz kurz dieses Gefäß... Quatsch. So. Und das schmeiße ich. Davon schmeiße ich jetzt einfach ganz viele hin. Und dann... Bogen. So, jetzt machen wir es mal so, dass wir irgendwie vielleicht schon einen Teil davon mit dem Bogen wegschießen. Scheint ja auch bisher ganz gut zu klappen. Ich muss mich halt nur beeilen. Nicht, dass am Ende wieder alle respawnen. Die helfen mir auf jeden Fall schon gut da unten. Ja, damit habe ich auf jeden Fall schon einiges erledigt. Da ist noch einer. Ja, okay. Den... Könnte ich jetzt aber so machen. Okay, da ist noch einer. Geht weg von mir. So. Hammer die. Ach so, hier ist eine Tür. Oh, da ist auch noch einer. Weg mit dir. Ach ja. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich wollte mal... Wo ist denn das jetzt? Also, erstens benutze ich noch mal kurz die Eisschutzlotion. Und dann habe ich mir eigentlich... Eigentlich habe ich mir noch so einen anderen Trank mitgenommen. Aber irgendwie weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr, wo der ist. So. Oh mein Gott, was ist das hier für mich? Ach ja, stimmt. Das waren diese... Die, die mich auch so gelangweilt haben. Naja, egal. Kommt ihr mit? Ja. Wir lotsen die jetzt auch mal hierher. Und gehen wieder auf unseren Platz. Dann schmeiße ich wieder Gefäße runter. Hol meinen Bogen. Und dann machen wir hier wieder alles platt. Ich will eigentlich... Die da hinten... Die müssen weg. Na ja, gut. Eigentlich sozusagen muss alles weg. Guck mal, der ist doch auch schon fast K.O. Naja, jetzt komm. Jawohl, sie haben ihn tot gemacht. So, wo ist noch was? Ist hier noch irgendwer? Ja, aber die helfen mir, glaube ich. Scheiße, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, nein. Nicht schon wieder den Schmarrn. Oh, jetzt hat es gerade geruckelt. Wo ist er hin? Da hinten. Hey, der haut ab. Bleib da. Komm schon, komm schon. Ja, 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 tot. Juhu. Okay, dann interessierst du mich überhaupt nicht. Okay, da kommt auch schon wieder der Nächste. Die Nächsten. Oh no. Oh mein Gott, schon wieder eine Welle. Hey, was ist das? Okay, äh, blub, 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 blub. Dann wieder. Jetzt habe ich zwar nur noch eins. Macht aber nichts. Ich muss den hier treffen. Der darf nicht weg. Bleib da, du. Hallo, die Party kann nicht ohne dich stattfinden. Und lasst gefälligst meinen Helferli in Ruhe. Mann, ich treffe den Blöden nicht jetzt halt. Ja, gut. Ähm, okay, dann wartet mal ganz schnell. Dann lege ich mir mal jetzt hier die Bomben hin. Ob die viel bringen, weiß ich nicht. Aber wenn die alle eh so schön hier stehen. Oh ja. Ein bisschen bringt es auf jeden Fall was. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Das war natürlich, äh, nicht gut. Wie mache ich denn das jetzt? Äh, ich weiß auch nicht. Oh, f***. Jetzt bin ich gleich am Arsch. Oder? Nein, hör doch auf. So, ich gehe mal einmal kurz hier runter. Damit ich einen Trank habe. Dann hier hoch. Dann ist hier einer. Und ich will aber wieder hier auf meinen Platz. Okay. Ähm, wir schießen weiter. Da habe ich ja nichts anderes. Oh, da könnte ich vielleicht noch den Stab hier benutzen. Ach so, aber nicht mit der Kettenheilung. Oh, da muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfall. Oh ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Wo sind denn die Mana-Tränke? Die tun wir auch gleich mal hier hin. Süffeln mal einen. Hm, noch mal. Jawohl. Schon wieder Mana leer. Das ist aber krass. Shit, und von da treffe ich das jetzt nicht, ne? Wow. Mann, also diese Mana-Tränke, die kann man auch im Akkord saufen. Oh, das war nice. Ähm. Ja, nice. Oh, wow. Mein Gott, Leute. Ach so ein Scheiß. Jetzt muss ich wieder hier rüber. Jetzt schauen wir mal, wie viele sind denn da noch? Ein paar sind noch da. Okay, ich habe es aber noch geschafft. Und da ist er wieder. Oh, das ist so aufregend. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Deswegen nehmen wir jetzt die Pfeilen. Das hat sich gar nicht gereicht. Egal. Da bist du. Warte mal. Wenn der jetzt da so steht, treffe ich ihn nicht, ne? Scheiß. Ah doch, jetzt. Bleib halt mal stehen. Also, der regt mich auf. Ist da noch wer? Einer, gell? Gut, dass der nicht irgendwie schießen kann. Komm her. Ich muss auch dann wieder mal was essen. Ähm, das mache ich mal. Ach so. Schon wieder so verplant. Okay. Wo kommt denn er jetzt her? Gut. Okay. Okay. Wieso habe ich denn eigentlich so wenig Ausdauer? Geh weg, du Köter. Ja, komm halt her. Was mach denn Sache? Okay. Sind die kaputt? Wo ist der Typ? Komm her. Komm her. Der ist ganz schön böse, Leute. Ah, ich habe ihn gestumpt. Ja, nochmal. Stirb jetzt. Komm. Finally. Okay. Gut, 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 gut. So, wie schaut's aus? Komme ich jetzt hier? Muss ich irgendwas von denen sammeln vielleicht? Das wäre natürlich belastend. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo die ganzen Leichen sind. Hier unten ist auf jeden Fall noch was. Machen wir jetzt auch mal weg. Okay, naja, gut, dann bleibt mir ja jetzt nichts anderes übrig, außer hier alles abzuklappern. Aber der hat ja auch nichts. Gibt's noch einen anderen? Oh Gott, da kann ich ja ewig farmen. Naja, ich versuche jetzt mal kurz einfach alles aufzuheben. Dann habe ich nämlich auch wieder diese Knochenbeschwörungs-Dingsidungsis. Achso, oder ich muss... Okay, wisst ihr was, bevor... Vielleicht muss ich hier reingehen, um diese Dinger zu sammeln. Hallen der erloschenen Block. Stirb. Aber hier ist kein Ding zum Sammeln, ne? Achso, Leute, wartet mal kurz. Wir machen's mal anders. Machen wir mal das Ehrlicht, sonst sieht man ja nix. Gesundheitstränke einwandfrei. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Dann düsen wir einmal an die andere Seite. Oder bin ich blind und übersehe die Dinger? Keine Pläne. Oh, das ist ja auch noch so ein Böser. Hatte das vielleicht eine Art Reihenfolge? Oh, der hat mir wehgetan. Böser Bube. Ja, Mann. Gestammt. Jetzt ist die Barriere gelüftet. Diebididum. So, jetzt aber ganz schnell. Denn ich will nämlich nicht, dass diese ganze Masse wiederkommt. Essen, trinken. Okay, alles klar. Dann düsen wir jetzt rüber. Da ist noch so ein Blöder. Da sind noch voll viele solche Blöde. Egal, einfach rauf auf die Mutti. Yo. Hier, wo kommst du jetzt her? Ey, wo kommst du denn her? Nein, raus da. Komm schon. Oh no, ist das jetzt die nächste, äh, Dingsje? Scheiße. Lauf, kleines Mädchen und leck nicht rum. Wo ist das nächste Ding? Was ist das? Öffnen. Gibt es hier nochmal einen Schutzraum? Nein, geh weg von mir. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Ja. Ja, du kannst mich verklocken, so viel du willst. Ich bin sicher. Okay, gut. Jetzt sind wir ja gerade in dem Raum. Deswegen. Unterkieferbrecher. Das hört sich ja nice an. Und da geht's nach oben. Da geht's dann nach oben. Gut, erstmal bin ich aber sicher. Vor dieser Meute. Jetzt möchte ich aber doch nochmal dahin. Weil. Oh. Hallo du. Wurdest du etwa geopfert? Weil hier ist doch auch noch was. Ah, Eldon Crowley, der Sammler. Hey, das ist der NPC. Cool. Einwand frei, würde ich sagen. Ach, jetzt bin ich beruhigt, dass ich das geschafft habe. Ey, das könnt ihr mir ja glauben, Mann. Und ich dachte noch, ich war voll aufgeregt nach mir. Nein, was ist, wenn ich es wieder verkacke oder so. Aber. Nein. Was ist hier hinten? Ist hier irgendwas Interessantes? Keine Pläne. Dann gehen wir mal da rauf. Ich hoffe, da ist ein Speicherding. Ich will nämlich nicht sterben. Nein, nein, nein. Achso, habe ich den Typ jetzt... Achso, nee. Die Hallen der erloschenen Block habe ich im Inventar. Ich habe Angst, dass da irgendwas kommt. Hä, wieso liegen denn hier... Wartet mal. Sind wir am Anfang? Tatsächlich. Das heißt... Aber wenn ich es mir genau überlege. Ich habe den Dungeon geschafft. Yeah, 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 yeah. Wup, wup. Ich weiß, ich bin bescheuert. Aber nice. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass es viel länger dauert. Und hier nochmal der Beweis, was ich mir alles hingestellt habe. Super geil. Ich wette, ich habe jetzt voll viel übersehen. Aber ich habe halt echt damit gerechnet, dass ich jetzt wieder eine Stunde irgendwie Aufnahmematerial habe. Aber... Ich bin wirklich zufrieden. Unterkieferbrecher. Das ist aber wieder ein Zweihänder, glaube ich, oder? Ich hasse es, mit zwei Händen zu kämpfen. Blöd, blöd. Naja, was soll man machen? Wie lange habe ich denn jetzt schon... Jetzt nehme ich 24 Minuten auf. Das ist doch jetzt keine Länge für eine Folge, oder? Andererseits... Was könnte ich denn jetzt noch machen? Also prinzipiell gesehen könnte ich doch dann eigentlich hier auch alles wieder abreißen. Weil ich habe den Dungeon ja geschafft. Okay, dann machen wir es doch jetzt erstmal so. Ich gehe mal kurz nach Hause. Und dann stellen wir mal diesen Typ auf. Und dann bin ich nämlich gespannt, was der alles kann. Ich habe nämlich absolut gar keine Ahnung. Und dann sind wir im schönen Zuhause angekommen, was ich demnächst auch wieder mal renovieren werde, weil ich habe ja ganz viele coole neue Blöcke. Ähm, ich brauche meinen Beschwörungsstab. Der ist hier. Und damit... Und damit... Loschen nennt das Düsterdickicht. Düsterdickicht. Zaubersprüche. Geil. Da ist der Knochenstrom. Der hat das letzte Mal richtig geil. Und da ist der Knochenpfeil. Hey, chillig. Ektoplasma-Edelstein. Ein Fazit. Face-titierter. Ein Fazit-titierter. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Edelstein, der aus veredelten, gefrorenem Ektoplasma hergestellt wird. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Ah, und der kann auch hier den Grufftisch. Interessant, interessant. Und den Stuhl. Beschwörung. Ach, hier sind die Dinger. Ach, die liebe ich. Die sind voll süß. Und den muss ich wahrscheinlich craften. Dann mache ich das doch mal. Ja. Genau. Der ist halt schon geil, ne? Der hat hier richtig viel zum Aufrüsten. Den behalte ich mir auf jeden Fall mal. Ob er mir später was bringt, keine Ahnung. Aber genau, ja, echt cool. Ach so, wir könnten ja eigentlich gleich noch hier seine Quest annehmen. Danke dir, mein Freund. Bin ich endlich frei. Alle Namen sind flüchtig. Nur Schall und Rauch. Ich habe so viele, wie eine Sanduhr Sandkörner hat. Für dich werde ich Alden, Elden sein. Ich bin das Licht, das flussabwärts winkt. Ein verbessernder Stern hinter den Nordwinden. Ein Sammler, der irdische Ketten zerbricht. Ich werde den Schleier für dich lüften, wenn du bereit bist. Der Tribut ist gering. Das verspreche ich dir, mein Freund. Oh, da ist ja noch mehr. Die Menschen folgen dir, mein strahlender Freund. Doch warum? Ich sehe ein pulsierendes Licht in deinem Brustkorb, das von Fleisch und Knochen gehalten wird. Interessant. Vielleicht hast du getan, was ich nicht tun konnte. Sie nennen dich Flammenblut. Die Flamme bringt dich... Die Flamme bringt also sowohl Segen als auch Fluch mit sich. Oh, wie das Schicksal sich entfaltet und... Entzweit, um uns zusammenzubringen, Freund. Er schwebt in der Brise. Mit jedem frischen Atemzug, den ich nehme, setzt sich ein unbekannter Gestank in meiner Lunge fest. Was ist das? Tut mir leid, ich war noch nicht duschen. Okay. Ein weiterer Fluch? Das Miasma, sagst du? Ein bösartiger Nebel, der die Törichten und Tapferen erstickt. Ja, das finde ich, wenn ich pupse. Solche sterbliche Probleme stören diejenigen kaum, die sich darüber erheben. Du und ich, die wir von der Flamme berührt sind, bleiben unerschütterlich. Sorry, das war gerade wieder so eine Steinvorlage. Naja, alles klar. Ihr Lieben, ich weiß, es war jetzt ein sehr kurzer Part. Ich dachte eigentlich auch, dass er länger gehen wird. Aber ich werde den Part an dieser Stelle dann auch beenden. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ich wieder ein Umbau-Video machen soll von meiner Hut hier. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bye, bye.